Madrid war ursprünglich keine Stadt, die auf meiner Wunschliste ganz oben stand, hat mich trotzdem sehr, sehr positiv beeindruckt. Hier die Zusammenfassung von dem, was ich über Madrid denke. Viel Spaß beim Ansehen. Madrid hat mich in vieler Hinsicht überrascht. Zum Ersten scheint es eine sehr junge Stadt zu sein, zumindest vom architektonischen Standpunkt her gesehen. Und dann ist die Anlage unheimlich großzügig. Es führen in und durch die Stadt riesige Boulevards, in der Mitte Grünstreifen, Gastronomie, Bänke. Und überall, wohin man geht, stößt man entweder auf einen Plaza oder einen Park. Schön ausgestattet mit Springbrunnen, Spielplätzen. Man wird eingeladen, sich hinzusetzen, auszuruhen und zu kommunizieren. Für mich war es die Stadt der kleinen Überraschungen an jeder Ecke. Denn man findet überall Musiker. Hier einer mit Harfe, dort einer mit Violine, der andere singt. Und dann gibt es natürlich auch Bands, die spielen. Und wenn den Leuten die Musik gefällt, stellen sie ihre Einkaufstaschen ab und tanzen dazu. Das ist einfach schön anzusehen. Auch für die Kinder ist viel zu sehen. Das geht von Seifenblasen über Kaspertheater, Puppenspieler und auch Marionettentheater. Und irgendwann habe ich mich gefragt, wie rückständig eigentlich Deutschland ist. Ich habe so viele Elektroautos, E-Bikes und Roller auf der Straße gesehen, wie hier noch nie. Und die stehen zu hunderten an vielen Plätzen herum, um sie anzumieten, anzumieten, wovon auch ordentlich Gebrauch gemacht wird. Anderer Punkt ist der öffentliche Nahverkehr. Der fluckt einfach, der fließt und ist um einiges billiger als hier bei uns in Deutschland. Eine dritte Sache, die mich auch noch sehr überrascht hat, dass an allen Ostertagen, egal ob Karfreitag, Samstag, Sonntag oder Montag, alle Geschäfte geöffnet waren und sowas wie die hier gesetzlich verordnete Ruhe zum Karfreitag gibt es dort auch nicht. Auf die Spitze getrieben heißt das, du kannst also ein Warenhaus leer kaufen und anschließend einer Prozession beiwohnen. Für mich ein Zeichen von absoluter Toleranz und Vielfalt. Madrid hat mir sehr gefallen. Sehr gespannt war ich auf den Retiro. Den konnten wir leider nicht sehen. Das muss ein wunderschöner Park sein, wo man Boote mieten kann und, 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 mitten in der Stadt. Er war leider komplett geschlossen, weil kurz vorher ein tödlicher Unfall passierte. Aufgrund eines herabstürzenden Astes ist wohl jemand getötet worden. Wer uns gar nicht sehen wollte, war San Francisco El Grande. An keinem der Tage haben wir den offen erreicht. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr euch die detaillierten Videos anschaut, wo man noch viel, viel mehr sehen kann und einen Eindruck gewinnt. Und freue mich natürlich auch über jedes Like bzw. eure Kommentare. Dankeschön. 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 Vielen Dank.